Werte Frau Romane, ich heisse Manuel Otte von Böderlin, also Sie, die als Notar selbstständige Werkstätten sind. Warum wollt ihr als Affiliate Gemeinderat in die Legislative vom Kanton Bergwerk werden? Ich finde, der Kanton wird gerne mehr die Aktionie der Gemeinden beschenken, wird gerne mehr geliefert und man kann die Zeit verletzen. Guten Abend miteinander, ich bin Andreas Roth von Inderlacher. Ich bin in Südkronen aufgewachsen, ich habe dort ein Materialsbüro. Ich habe von Zeitenbildungswerk dazu gekommen. Ich habe zuerst 40 Anfolge gemacht. Was tut ihr euch jetzt der Bibelgeberwohnung für die SVP jetzt kandidiert? SVP ist Jensi Partie. Ich bin die einzige namhafte Partie, die sich einsetzt gegen einen EU-Beitritt. Von mir aus gesehen ist ein EU-Beitritt in den Untergang einer direkten Demokratie. Für die Verstärkung der Volksrechte. Das ist die Motivation.